Du beschissenes, schleimiges Donut-Arschloch. Seht euch das an. Ich glaube, ich habe die Bomben entschärft. Es ist noch nicht vorbei. Ähm, doch, ist es. Okay, Freunde, ich habe es geschafft, gleich beim nächsten Versuch. Es war sehr stressig, aber trotzdem. Wow, ich mag solche Zeitaufgaben überhaupt nicht. Shit. Okay. Hey, Markus. Trautes Heim, Hackerspace. Endlich sind wir diesen Primate-Gestank los. Seid ihr fertig? Ja, Wrench hat mit Bomben entferner rumgesprüht und dann, swoosh, überzeugt dich selbst. Nice. Jetzt haben wir ein neues Hauptquartier. 233.000 Follower. Geil. Okay. Oh, shit. Jetzt gehen wir mal was essen. Da gibt es irgendwas zum Essen. Ah, einen Kaffee gibt es hier. Ich bin so stolz, dass wir Miranda reingebinden. Das haben wir uns jetzt verdient, Alter. Niemand ist so wie Miranda. Was haben wir uns jetzt verdient? Er ist ein wunderbarer Mann. Warum sollte er nicht sagen, dass er schwul ist? Okay. Nice one. Okay, wir brauchen eine Karre. Oh, ein Hund zum Streicheln. Komm her. Wow, wow. Wow, 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 wow. Komm her. Komm her. Komm her. Hey, ein neuer Follower meldet was Seltsames. Hat schon mal jemand was von ein paar freakigen Rattenmasken gehört, die vor dem Homa rumhängen? Ein paar selbsternannte Kunstanarchisten. Nennen sich die Ordinate Academy. Rudentia Academy ist ein Anagramm. Gut erkannt. Was ist Ihre Plattform? Totale Transparenz. Keine Privatsphäre für niemanden. Wozu dann die Masken? Diese Rattenmasken. Wie sehen die aus? Stylish. Low Poly. Fuck. Das ist Default. Default. Der Musiker? Default. Der Ex-Dead-Sack-Hacker. Default. Das Psychopathen-Arschloch, das mich in einem Spukschauhaus vergasen wollte. Okay, dann sehe ich mir diese Typen definitiv mal an. Und so lerne ich noch einen der neuen Follower kennen. Nice one. Okay. Nice. Okay. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Okay, Freunde. Nice. Auslocken. Ich bin ja echt schlau. Okay. Gibt es hier noch irgendwas zu erledigen in dieser Stadt? Gar nichts mehr. Hier ist ein Bike. Was ist hier ein Fotoapparat? Was heißt das? Ist das auch eine Mission oder was? Und hier ist irgendwas? Oh Mann. Karoge-Party. Was ist das für eine Mission? Oh, Baby. Hey Marcus, probier mal Roxanne auf Tenguor. Das ist selbisch. Hey, Sitara. Bring das mal auf den Schirm, Josh. Das ist von Miranda. Ihr werdet verfolgt. Dein Freund von mir schickt euch das unter großem Risiko. Passt auf euch auf, ihr seid im Visier. Visier? Was? Was sind wir? Fuck, genau jetzt. Seht euch das an. Jemand beobachtet uns direkt von draußen. Verdammte Scheiße. Okay, dann machen wir den Scheißer platt. Hey, ganz cool, Mann. Schleicht euch raus. Ich gehe vorne raus und sehe nach, ob ich eine Spur finde. Ja. Alles muss ich alleine machen. Okay, da oben. Am Haus. Da oben hängt wo. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir was du kannst. Alter. Nein. Nein. Oh Mann. Wer sind diese Leute? Wir haben tollenweise Teufel bei uns. Wir haben Fotos und wie es aussieht eine Karte von Josh und Hauptwegen. Und anderes. Was zum Teufel? Oh shit, oh shit. Was? Das FBI. Du hast das FBI gehackt. Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal. Auf unsere Datenquelle zugreifen. Sofort alle Agents hierher. Verdächtigen einkreisen. Wir müssen hier weg, Leute. Die Penner sind uns immer noch auf den Fersen. Was ist denn los? So ein scheiß Anti-Hacker-Demon hat mitgekriegt, was wir machen. Warte mal kurz. Oh Mann. Ja, lass dir Zeit. Fertig. Oder auch Zeit. Super. Wir kriegen hier unglaubliche Mengen an Zeug, Mann. Nein. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, Range. Absolut. Fertig. 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 Vision erfüllt. Marc Hesse, wir sind durch. Hauf schleudig da ab. Ja, lass den Van zurück. Aber ich brauche mal ein Auto. Ein gutes. Okay, nice, wir konnten fliehen. Schnell weg hier, yeah, geschafft, wow, das war eine Jagd. 36.000 Follower, nice one. Was macht ihr? Wir legen uns mit dem FBI an, Mann. Wir müssen unsere Kommunikation einschränken. Okay, aber... Minimale Kommunikation, M. Nur persönlich reden. Triff mich an dem Ort. Du weißt wo. French? French? Verdammt. Dann mal auf ins Café. Müssen wir hin? Da gibt es noch was zu hacken. Zum Mitnehmen. Okay, wie kommen wir da hoch? Nein. Müsste funktionieren. Müsste. Funktioniert super. Ah, Alter, ich sehe wieder Null. Okay. 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 Komm, verlassen. Hallo. Wo ist der Punkt, was ich hier scannen muss? Ah, hier. Alter, ich werde schon blind schon langsam. Und wo ist da unten der Punkt? Hacken. Da sind zwei Punkte zum Hacken. Das sind im Wasser oder wo ist das? Okay. Wie komme ich da rein? Mit einer Drohne? Kann das sein? Da geht's noch nicht mehr rein. Ich geh ins Land. Der will nicht mehr rausgehen. Okay, schwimmen wir da auf die Holzdinger. Okay, da vorne ist Alcatraz, die Gefängnisinsel. Okay, fliegen wir mal mit der Drohne. Ah, das ist nicht gut. Ansicht ändern. So. Okay, einen haben wir. Da ist Nummer 2. Nein, scheiße, wir hängen nirgendwo fest. Hallo? Shit. Zurück. Nochmal. Falsch. Wie kommen wir da rein? Wie soll das funktionieren? Kann mir das einer erläutern? Fast. Da geht es aber auch nichts durch, oder? Wo kommen wir da rein, Alter? Von oben kommen wir auch nicht durch. Ja, jetzt haben wir es. Ja. Keine Ahnung, wie es funktioniert hat, aber scheiß drauf. Okay, äh, wie kommen wir da wieder hoch? Ja, da sieht es gut aus, da sind Treppen. Nice. Okay, Freunde. Ich muss sie abspeichern. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer YZ-Kill. Haut rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? 式i.